So, willkommen zu einer neuen Challenge. Hallo. Meine Tochter und ich machen wieder eine weitere, also unsere dritte Challenge. Ja, das ist bei der Lava. Wir suchen uns jetzt eine Höhle und gehen unvorbereitet in die Höhle hinein und? Und ihr wolltet ja, dass, also die meisten wollten bei dem letzten Video von der Mina, wollten sie ja, dass ich unbedingt mitgehe in die Mina. Jetzt habt ihr euren Vorstand, wie lange, dass ich da drin überlebe. Schauen wir mal, wer es am längsten überlebt. Ich wahrscheinlich nicht. Werden wir sehen. Und wenn es euch gefällt, könnt ihr ruhig einen Daumen nach oben hinterlassen und ein Kommentar, falls euch andere Challenges einfallen. Genau. Und vielleicht abonniert ihr auch, dann gehe ich auch öfter in die Mina rein. Wie einmal. Okay. Dann werden wir jetzt deine Höhle suchen und dann sehen wir uns gleich wieder. Genau. Tschüss. So, wir sind, wir haben jetzt nach einer Höhle gefunden. Sogar zwei, aber Papa wollte natürlich die, was am tiefsten reingeht. Wissen wir ja gar nicht. Sieht auf jeden Fall so aus. Man sieht gar nicht aus. Aber ich würde sagen, auf die Plätze, fertig, los. Okay. Geh schon mal. Ach. Hilfe. Ich kann da nicht reingehen. Geh rein. Sonst ist die Challenge gleich vorbei und hast du voll an den Jahrhundern. Schau ihn nicht an. Was glaubst, versuche ich, ihn nicht anzuschauen. Genau. Einfach reingehen. Au. Au. Warum greift er mich an? Deswegen gehe ich auf gar nichts dran. Okay. Das ist eine Enderman. Aua. Okay. Ich würde sagen, wir spawnen. Wir brauchen eine Anhöhle. Das ist anscheinend die Enderman-Höhle, wo ich sicher nicht noch mal reingehen werde. Sicher. Aber wir schauen, dass die Endermen rausziehen. Können wir nicht die Sanddinger reingehen? Ja, dann gehen wir zur Sandhöhle. Ah, Gott sei Dank. Hoffentlich sind da keine Endermen. Aber ich dachte, die greift noch, wenn man es anschaut. Äh, anscheinend nicht. Anscheinend reicht es ihnen, wenn man sie, wenn sie dich ansehen. Okay. Was aber voll komisch ist. Normalerweise ist das nämlich nicht so. Das dachte ich auch. Das ist komisch. Okay, dann gehen wir. Magst du vorgehen? Nein, wir gehen gemeinsam rein. Nein. Dann hast du gleich wieder verloren. Da ist nicht in meiner Höhle. Hä? Also es heißt, zurück zur anderen. Oh nein. Komm. Aber das Wasser ist doch auch eine Höhle. Am Wasser. Nein, doch. Ich habe mich verguckt. Wo ist jetzt zurück? Ich will nicht hier in der Höhle landen, wenn es Nacht ist. Da ist eine Höhle. Wo? Da bist du. Komm mal. Na los zumindest. Warum kann da das anstehen? Nein, 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 nein. So, okay. Also rein jetzt. Hopp. Nein. Ich darf es nicht haben. Nichts. Oh. Hey, da ist aber gar nicht so dunkel drin. Schlimm, ja? Was ist denn das für eine Höhle? Ja, gar keine. Eine coole Höhle. Hier sind gar keine Monster drinnen. Ja, ich habe die Challenge übernimmt. Nein, da geht es runter. Komm. Abwärts. Ach, Mann. Oh Mann. Die Höhle ist keine Höhle. Ist das eine Wasserhöhle? Keine Ahnung. Du bist gerade im Wasser, gell? Ich glaube. Du bist im Wasser. Du bist im Wasser. Und man sieht absolut nichts. Hier sieht man was. Ja, unter dem Wasser. Wo Zombies sind. Dann komme ich jetzt auch mal zu dir. Stimmt, das sind Zombies. Ah, da unter dem Wasser ist es hell. Ich kann nicht sehen. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr auftauchen. Oh mein Gott, ich kann nicht auftauchen. Dann weiß ich, wer verliert. Die Kamera. Nee, 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 nee. Ich überlöse. Hallo Zombies. Nein. Ich erwische keine Luft mehr. Ich bin gleich weg. Ah, da ist immer noch Wasser. Okay, ich bin tot. Ich bin ertrunken. Ich bin ertrunken. Okay, die erste Höhle war Enderman und die zweite, da sind wir weg. Ja, ich komme hier nicht mehr raus. Okay, ich würde sagen, du hast gewonnen. Ja, greif mich an, greif mich an, greif mich an. Ich will sterben, ich will sterben. Ja, bring mich hier raus aus dem Wasser. Okay, wie gesagt, das war's. Ich habe glorreich verloren. Und ich habe gewonnen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. So, wir versuchen uns nochmal an der anderen Höhle vom Vorher, da sind die Endermans weg. Hoffe ich doch. Wir gehen mal rein. Es sind Spinnen da, aber zumindest keine Endermans. Hoffe ich doch. Das ist schon im tiefen Dunkeln. Oh. Creepa. Creepa. Oh mein Gott, der ist... Hier. Boom. Alles gut, alles gut, alles gut, ich habe keine Panik. Ich auch nicht, ich mache die Spinnung errichter. Ich gebe ja alles. Da rein. Wohin, mein Greiner. Du Skelett, da schieß mit. Welches Skelett? Da ist ein Skelett. Bei dir? Siehst du das denn nicht? Nein, da hinten. Nein, ich schieß mit. Was sieht es noch nicht? Ah ja. Ja, reingeh nehmen wir die. Nimm die raus. Das brauche ich doch. Ich muss nur schauen, dass es mich nicht sieht. Nicht, 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 nicht. Oh mein Gott. Hilfe. Fixier sich voll auf dich. Fixier. Oh nein. Oh nein, jetzt hat es mich entdeckt. Au. Aua, 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 hat es mich entdeckt. 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 Siehst du mich noch? Nein. Aua, ich kann nichts abbauen. Du hast mich in Ruhe, du doofes Skelett. Aua. Aua. Ich stehe gegen dich fest. Wo bin ich? Du bist dunkel. Nein, das sind keine Strache. Ich habe nur noch zwei Herzen. Au. Ich bin gleich hin. Ja, ich auch. Hey, ich wollte nur ein Skelett geschossen. Ich habe nur zwei Herzen. Super. Okay. Geschafft. Ja. Okay. Wow. Was für ein Sieg. Voll. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ja. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Genau. Tschüssi. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi. Entferlich.